herzlich willkommen meine damen und herren wir spielen rocket league mit körbe und ich hatte keine möglichkeit mich warm zu machen schöner fruit reset an der stelle vor allem schön dass ich das mal geschafft habe oh cool nicht ganz so cool so einmal so ich hoffe dass der dann ja der ist ich meine er ist dadurch verwirrt würden wir sind jetzt toll geworden ja das war das war fies war voraussehbar aber fies ich muss hier noch mal ganz kurz kabel gedöns machen mhm oooohhh sehr schön erste gute ball in dem game leider vorbei schade nee da gehen wir mal nicht dran und da wo war das knapp das war hoi ach schade da hätte ich drangehen sollen egal ist ja noch zeit drei minuten 50 was soll da noch groß passieren ich habe ich habe sogar gut wahrscheinlich ich haben bleiben wir lieber bei ich habe als ob er mir den auch noch weggenommen hat er wäre doch bestimmt auch so reingegangen oder ja wer obwohl wer mit viel pech werde rausgesprungen als ob ich ihn jetzt reinmach das ist ja auch geil als ob so da muss ich dran ach du scheiße ja da dachte ich mir da dachte ich mir das wird schon nix und ich hatte recht und das wird nicht besser was ich hier alles mache und er kriegt nicht ich muss mal ganz kurz fingerdehnen ich bin die ganze zeit eigentlich schon am pc deswegen wundert es mich jetzt dass die kalt sind okay du hast'n dann gehe ich einmal hier dann gucken wir mal dass wir hier irgendwas ach das wird nix oh sag niemals nie so den habe ich anders geplant aber doch besser geworden als ich gedacht habe das nicht wirklich das könnte was werden leider nicht was macht das nippe da eigentlich nee da warten wir noch mal kurz so hat dir das NOS geklaut nachdem seine Rotation sind halt echt unter aller unter aller Minute und es ist eigentlich schlimm genug dass ich das jetzt erst merke und nicht vorher schon ja da kommt kein NOS oh der voll am NOS vorbei ja den kriege ich ja den habe ich berührt mehr sollte man da nicht sagen oh schade zwei Minuten noch drei Tore wird interessant oh ich dachte er geht dran das wird ein guter Ball den ich auf jeden Fall halten werde schön als ob er den wirklich macht oh schade aber Zeit gekostet hat sie auf jeden Fall oh warte mal nicht ganz aber für den ersten Versuch gar nicht so schlecht so langsam wird es langsam werden kriegen wir Teamplay rein oh oh null jawohl schöner Double Touch ja okayer Double Touch sagen wir ehrlich kriege ich noch über hinten nein das war jetzt das war jetzt Risiko hätte ich vielleicht nicht eingehen sollen jetzt wo ich so drüber nachdenke hätte ich das wirklich nicht machen sollen ich wusste dass das eine Lusche im Verteidigen ist ja das ist schon perfekt das geht schon in die Richtung perfekt den hätten wir vorher mal gebraucht naja jetzt gehen wir auf Nummer safe oh von wegen auf Nummer safe komplett verkackt ui als ob ich den noch gerettet hab hab ich den gerettet ich meine schon oder ich meine ich hatte den nochmal hier warten wir da warten wir dann machen wir so einen Ball hier war zwar jetzt nicht unbedingt das beste warte mal ah kacke kein Noss gehabt und jetzt anders vorbei ja schade ah schade 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 war ein gutes Spiel na gut ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns dann beim nächsten Mal bis dann tschüss tschüss tschüss